die märkte sind nach wie vor auf kante genäht man sieht dass es knapp ist und bleibt zumindest mal so die kleineren und größeren unterstützung in den jeweiligen märkten wir gucken uns das mal an der dax zunächst mal hier im tageschart beim index dann sehen wir hatten ja hier so ein bisschen noch dieses hier als ein wendeanzeiger seht ihr das hier noch so dieser hammer für diejenigen die ein klassisches stopp niveau unter dem hammer wählen die sind immer noch mit an bord aber man hat irgendwie nicht den eindruck dass die stimmung nach oben so besonders stark ist ihr seht das hier noch mal also die letzte starke bewegung von diesen zwischendurch im fünfminutenschart die ist super stark nach unten das ist quasi diese strecke hier das was wir hier haben es ist irgendwie alles irgendwie so ein korrektiver krempel also man hat schon den verdacht ein bisschen dass die abwärtsseite dann noch mal kommt ich will jetzt kein untenrufer sein aber das was ich hier sehe ist nicht das was ich mir vorstellen auf der bullischen seite wir für uns wir hatten ja letzte woche darüber gesprochen sind sowieso schon raus geflogen hier nachdem der markt die 78er durchstoßen hatte also insofern ist sind wir da gar nicht mehr mit an bord wo ich sagen muss es ist auch okay denn so schön sieht das ganze hier nicht aus kann man da nicht noch aktiv short gehen ja und nein also da finde ich gleich noch was anderes wahrscheinlich schöner als jetzt hier der dax index wir können mal ganz kurz auf den future gucken wie das heute nachmittag aussieht da haben wir wenigstens hier noch mal so einen letzten aufbäumen hier jetzt im fünfminuten chart also für diejenigen die jetzt zumindest mal versuchen mensch da muss doch noch ein bisschen was gehen was mal ein bisschen größer die letzte bewegung die wir hier hatten die letzte starke bewegung seht der kurs kam von oben runter die letzte starke bewegung die mutet er irgendwie in dieser art an hier irgendwie sowas also noch relativ stark und da ist zumindest noch mal die hoffnung wenn wir durch diese marke hier dort nach oben gehen das ist das letzte zwischenhoch wann hatten wir das 14 45 deutsche zeit und hatten das ganze hier bei 14.850 in etwa guckt selber noch mal nach also wenn er dadurch geht dann ist das eher sogar noch ein bullisches zeichen hier beim dax feature mit einer realistischen chance dass es da vielleicht noch mal weiter geht warum das ganze naja gut noch mal zusammengefasst der anstieg relativ dynamisch der rücksetzer durchaus korrektiv fähig über den internen verlauf kann man sich tatsächlich eine frage stellen wie toll ist das ganze aber so eine idee das wäre schon denkbar als ein möglicher handelsansatz vielleicht noch schöner wenn ihr sogar auf dem aufwärts abend das und das sieht hier ist noch besser denn ein bisschen unsauber ist der einstieg dann vermutlich ist das was wir hier haben eher eine seitwärts korrektur und dabei ist technisch gesehen dass eigentlich kein wirklich richtiger einstieg aber nun sind wir mal ehrlich wenn der kurs dadurch geht na ja dann scheint sich das vorläufig erst noch mal weiter fortzusetzen also deshalb diese marke durchaus wenn auch eine eher untergeordnete von der technischen qualität aber für ein einstieg wahrscheinlich ganz okay das war zur stop weite dann ein bisschen weil stopp würde man dann hier drunter oder die 78er entsprechend nehmen sowas könnte man dann gegebenenfalls machen noch schöner ein bisschen upgrade für die qualität wäre wenn wir sowas bekämen dann hätten wir wieder hier ein starker aufwärts eine wackelige abwärtsbewegung und hätten dann eine ganz günstige möglichkeit hier rein zu gehen mit chancen das ist dann noch entsprechend weiter läuft also im fünf minuten chart würde ich ihm das offen lassen ich würde aber jetzt nicht pauschal reingehen warum nicht na ja wir sind ja immer noch relativ stark auf der abwärtsseite da gehe ich jetzt nicht und greife ins fallende messer und sagt auch komm kann ich gar nicht verlieren aber achtet mal so auf das ungefähr aktuelle niveau man hat ja so ein bisschen die chance vielleicht ist dann ein bisschen die chance für den dreh aber nicht einfach sagen ach ich nutze die chance mal blind links sondern lasst euch das zeigen dass die marktteilnehmer darauf wirklich drehen wollen das ist aus meiner sicht ein ganz wichtiger punkt nicht einfach reingreifen und sagen wird schon gut geben sondern lasst euch zeigen dass den marktteilnehmer bock haben hier einzusteigen wie sieht es bei den amerikanern ausfangen wir beim dow jones ebenfalls mal mit fünf minuten chart an auch hier tolle aufwärtsbewegung also insofern das sieht doch alles ganz okay aus hier wie auch immer man das jetzt hier im detail auffassen will ich das mal jetzt sehr vereinfacht der nächste ordentliche rücksetzer das muss ich vielleicht noch mal definieren was ist ordentliche rücksetzer wenn ihr keine ahnung habt dann messt ihr vom tiefsten punkt machen wir es mal ganz genau mester vom tiefsten punkt der geht hier los bis zum dann höchsten punkt im moment ist das hier der höchste punkt denkt immer dran so eigentlich so in die ecke wäre klasse und das ganze sollte möglichst korrektiv das heißt drei wellig oder von mir aus mehr wellig mit kurzüberschneidung sein dann wäre das hier ein sinnvoller zwischen inzwischen hoch hier der sinnvoller einstieg hier für die long seite also da ist durchaus die möglichkeit noch gegeben dass der nachmittag wenn oder vielleicht wird das auch erst bis morgen sich ziehen dass wir heute noch mal so einen schwachen nachmittag bekommen das ist keine ankündigung dass es jetzt sofort runter geht kann auch sein dass er noch ein bisschen weiter klettert nur jetzt nachdem er schon so stark gestiegen ist jetzt noch einsteigen weiß ich nicht es gibt meistens blöde chance risiko verhältnisse also für mich in so einer situation ist es egal wann auch immer das passiert irgendwann wird dieser rücksetzer kommen und wenn es nicht jetzt ist sondern wenn er erst noch weiter klettert dann kommt halt dann der rücksetzer entscheidend nur gucken dass er bis ungefähr zur zone läuft wenn ihr hier dann umkehrkehr zu irgend sowas seht könnte es ja versuchen rein zu kommen ansonsten triggern lassen über der abc wie ich das eben angedeutet habe finde ich grundsätzlich sehr gut so dann gucken wir mal auf den s&p 500 müssen auch mal wieder auf das übergeordnete bild gucken bleiben aber auch hier mal kurz im fünfminuten chart auch hier der anstieg relativ stark allerdings das ist jetzt wirklich was für intraday für den nachmittag diese bewegung ist stark jetzt wackele ich hoch bietet mir in den nächsten stunden eine möglichkeit hier diese short seite zu fahren das würde sich übrigens nicht mal beißen mit dem dow jones erinnert ihr euch wieso beim dow jones war ich doch für die long seite begeistert aber was auch immer begeistert bedeutet aber eher orientiert und hier dann für die short seite naja vergesst nicht beim dow jones haben wir ja auch erwartet dass der kurs eigentlich nach diesem erstmal eine pause macht nur hier sehen wir die struktur ganz gut da könnten wir sogar diese pause in die kiste rein tiefster punkt höchster punkt kiste in der mitte hier irgendwo da muss er irgendwo hinfallen drei wenig das würde ja alles passen das heißt hier haben wir genügend struktur um die abwärts seite zu sehen ich gehe nochmal auf den dow jones hier erkenne ich das nicht ihr erinnert euch eben gerade haben wir beim dow jones noch gesagt da irgendwie in die mitte reinfallen nur dieses ding kann ich nicht gut handeln wenn die struktur nicht zu erkennen ist jetzt gehen wir wieder zum s&p hier haben wir den ersten teil scharf wenn der jetzt korrektiv nach oben geht auch hier gilt natürlich die gleiche regel nur umgekehrt höchster punkt tiefster punkt hier rein muss er gehen da ist er schon vom niveau aber ist ja nicht korrektiv das heißt erster teil zweiter teil zum beispiel ja dann hätten wir hier den trigger für das was wir da vorne haben hier hinten nochmal ja also das ist mal so als andeutung als als idee wie das ganze ungefähr aussehen kann behaltet das mal im hinterkopf falls ihr kurzzeitig dann noch was wollt ansonsten noch mal ein kurzer hinweis wie sieht es denn übergeordnet beim s&p aus haben wir hier die überschneidung im wochenschart sieht das tatsächlich so aus ich muss aber dazu sagen das ist ja der future kurs und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein wenn wir den index kurs haben ich mache den mal ganz kurz groß dann müssten wir eigentlich dieses top rausnehmen was wir hier hatten im index ist das hier die top marke gewesen ich habe es extra noch mal nachgeguckt also der preis ist ein bisschen abweichend aber die quasi in der orientierung das hoch also das ist hier auf dem future gerechnet das hoch das ist quasi hier nachthandel gewesen das sieht man ja dass es hier so ein tail war auf der oberseite das heißt wir sind ganz knapp noch safe im index ebenfalls also der index hat fast aufgesessen hier ja ich kann leider euch hier den index nicht zeigen ich habe hier nur die futures aber der index ist quasi bis ran gelaufen an die entsprechende marke also nehmt diese marke als vorsichtig das ist im nachthandel passiert der index kennt ja kein nachthandel der index läuft ja nur bis 22 uhr diese woche übrigens nur bis 21 uhr bis dann die amerikaner auch umstellen und dementsprechend fehlt dann dieses ding und dementsprechend ist diese letzte warnung marke die wir ja noch hatten wo ich sage noch bin ich okay aber sie hört schon an der gedehnten sprechweise glücklich bin ich damit nicht mit dieser geschichte dass das hier schon so tief runter gegangen ist aber noch wie gesagt ist das einigermaßen safe also das sollte man noch mal im hinterkopf haben und eine chance dass wir jetzt ja hier irgendwie in diesem umfeld jetzt tatsächlich in den dreh kommen wie wir das im fünf minuten chart eben besprochen haben so gucken wir zum abschluss noch auf den nasdaq da sind wir ja an sich ebenfalls safe wir sind hier da wo wir neulich gesagt haben also vor ein paar tagen hatten wir hier die blaue kiste da sah das noch ungefähr so aus haben gesagt wenn es wirklich so doof ist wenn der kurs da jetzt durchgeht und es sah ja so aus dann wäre eigentlich die nächste interessante marke die das ist einfach nur aus der symmetrie heraus einige würden sagen aus dem trendkanal ihr seht das hier diese linien das sind verschiedene fibo marken also symmetrie und extension marken das ist nicht dass das zwingend ist dass er dahin geht aber das ist eine orientierung und ihr wisst wie die anderen marktteilnehmer ticken wenn die sagen wir haben auch keinen plan dann nehmen sie halt als orientierung was sie kriegen können und da ist eben so eine marke nicht uninteressant und da ist der markt jetzt angekommen und hat eine gewisse unterstützung ihr müsst aber vorsichtig sein bitte nicht davon ausgehen hey cool da hat er eine blaue kiste hin gemalt und fünf linien da muss der kurs drehen ja das muss noch längst nicht immer sein muss auch nicht nachhaltig sein das hängt jetzt davon ab wie die bewegung ist die wir da jetzt haben so ungefähr müsste die aussehen dann wäre ich glücklich das kann durchaus so passieren dass das hier passiert aber wenn ich mir das was wir das ist jetzt wunsch das blaue das ist ja nicht echt das ist ja nur meine idee wenn es so aussieht bin ich extrem auf der bullischen seite dabei das würde mit diesem bild korrespondieren und würde dafür sprechen klasse jetzt haben wir die korrektur gesehen s&p war ja auch noch okay kommt dann machen wir halt jetzt jahres endrallye stellt euch nicht so an so soweit so gut jetzt gucken wir uns aber an was wir hier hinten erstmal haben bis zum aktuellen zeitpunkt und das sehen wir hier im fünf minuten chart und da muss ich schon sagen alles was wir bisher haben ist das es ist eine aufwärtsbewegung aber sie sieht halt auch massiv korrektiv aus das heißt wenn der markt jetzt wirklich noch nach oben strebt wie wir das ja so halbwegs hier angedeutet haben ist das noch okay aber wenn wir diese marke durchstoßen das tief was ist das 27 oktober theoretisch über den tag verteilt irgendwie diese tiefen marke in 14.200 mal so grob gucken beim future zumindest mal wenn wir die durchstoßen dann durchstoßen wir auch diese marke da wird jetzt der ein oder andere sagt naja gut das ist ja auch geschenkt ist ja kein riesen unterschied das stimmt aber wenn wir diese marke durchstoßen ist das dass wir quasi an dieser unterstützungsbox anfangen nach unten durch zu sägen und dann wird das irgendwann dieses bild auch porös sagen wir mal so also am liebsten diese marke nicht mehr ansteuern was soll man jetzt machen long oder short also hier in den hinteren teil finde ich ganz attraktiv im fünf minuten chart also für diejenigen die jetzt tatsächlich das index update am nachmittag nutzen für eine orientierung für die nächsten stunden die letzte bewegung ist ein wunderschöner schub runter wenn er jetzt das dass das macht von mir aus auch noch dass das macht wären das trigger für die short seite mit erwartungshaltung dass das was wir hier bekommen da hinten noch mal bekommen in etwa und wenn wir glück haben naja also trendkanal könnte ja auch mal so ein bisschen mit beobachten wie gut und wie sauber der daneben entsprechend ist ich habe es auch nicht ganz 100 prozent sauber hier gezeichnet wahrscheinlich müssten wir dann ein bisschen vorsichtiger noch mit umgehen denn so ganz sauber ist das oben und unten nicht ihr seht das das war das vordere hoch hier das war das mittlere hoch das hintere ich bin also nicht so ganz großer freund dass diese schrägen linien exakt angezeichnet werden müssen weil wir lügen immer irgendwie ein bisschen irgendwie ist es immer nicht ganz sauber aber es geht ja auch nur um die orientierung also das wäre noch mal so eine short idee denkt aber dran bevor ihr jetzt vor begeisterung short geht wenn er jetzt das macht und das macht was macht ihr dann natürlich kein short dann ist ja die letzte starke bewegung nach oben und die schwache bewegung nach unten dann sucht ihr eben zwischen longs wieder und wer jetzt verwirrt ist und sagt er kann sich ja auch nicht entscheiden völlig richtig ich entscheide mich überhaupt nicht für eine richtung das machen die anderen marktteilnehmer und ich mache dann da mit das schicke ist das kann man in der regel erkennen und dann kann man auch mitspielen muss man nicht mal fragen früher als kind war das dann immer noch da wie mitspielen in der börse ist es so wenn ihr seht um die machen das gerade ganz schick einfach mitmachen ja jeder ist herzlich willkommen so ich hoffe dass das so ein bisschen eine einleitung in die woche ist die euch weiterhilft also wir sind nach wie vor auf kante s&p auf kante dax immer noch so halbwegs safe nasdaq halbwegs safe den lassen wir mal so stehen wir haben im kurzfristigen durchaus attraktive situationen die sich in den nächsten stunden entweder in die eine oder andere richtung auflösen ich glaube es ist nachvollziehbar wie das ganze aussehen muss noch mal zum abschluss für die die das noch nicht so richtig drauf haben schub runter wackelig hoch welche richtungsidee short richtig so wenn er jetzt aber nicht wackelig hoch kommt sondern so und wackelig runter kommt welche richtung genau ja also also insofern habt ihr vielleicht jetzt eine idee was heute nachmittag noch zu tun sein kann so in diesem sind euch alles gute liebe grüße und bis zum nächsten mal